Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, LuciaDragonMieri. Ja, zoomen wir mal rein. Was sind wir da? Bürgerhaus. Ja, bin schon wieder draußen. Ich habe schon wieder seit zwei oder drei Wochen nicht gespielt. Ich habe zwischendurch auch Minecraft aufgenommen gehabt. Aber zwei Folgen, aber das ist dann abgebrochen und die ganze Aufnahme ist für den Allerwertesten gewesen. Ich habe die Musik jetzt ein bisschen lauter gedreht. Ich habe irgendwie bemerkt, dass irgendwie gar nicht, aber überhaupt gar nicht die Musik gehört wird. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Schöpchen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ah, Lampenöl brauchen wir hier. Da gibt es keines. Da gibt es was. So, ein bisschen Garbeit weg. Marmor hätten wir da noch. Eisen, Eisen, Fisch. Da sind wir da. Ja, dann bleibt ja nur noch die übrig. Müssen wir die besiedeln. So, das heißt, wir brauchen aber zuerst einen Hafen. Ich brauche Schiff. Und Kanonen. Kann man die schon kaufen? Ja. Machen wir mal 50, wenn wir schon dabei sind. Können wir sicher auch was anderes verkaufen. Aber ich brauche zwei. So. Nochmal kontrollieren, ob ihr alles aufnehmt. Wenn ihr euch etwas dazu verdienen wollt. Ja. Ich hätte da einen Auftrag für euch. 20 Tonnen Alkohol. Puh. Was ist überhaupt mein Schiff? Da ist es. Können wir das mal kaufen. Schiffsbau abgeschlossen. Abgemacht. Ist die Segel. Wir können los. So. Wir brauchen das, das. Nein, das nicht. Ach, schesse. Wir können los. Was brauche ich nochmal? Wir können los. Um zu erschließen. Holz und Werkzeug passt. Okay. Dann werden wir vielleicht auch Ziegel mitnehmen. Wir können los. Und das war die hier. Ja. Schiff fertiggestellt. Wir sind bereit. Ei, ei. So. Ich wollte zwölf, glaube ich. Eine Wache. Ah. Ah. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ah, habe ich Glück, dass ich die andere genommen habe. Ich muss mich hier schon beeilen. Ein Kapitän unterstützt den Aufbau ihrer Flotte. Das hat sich gelohnt. Gebt mir rasch die Lieferung. Die Sache duldet keinen Aufschub. Ausgezeichnet. Euch gebührt mein Dank. Kapitän auf der Brücke. Das Lob des freien Händlers für eure Arbeit ist schon etwas wert. Ich wollte den Auftrag ja auch erledigen, aber dann kam was dazwischen. Der freie Händler hat gut daran getan, gerade euch damit zu beauftragen. Aber wir verdienen 308. Das ist schon nochmal was. Bald zwar nicht mehr, aber... Warte auf Anweisung. Wir sind hier. Wir können los. Ah. Das wollte ich nicht. Ah, was da? Wir sind bereit. Ein fremdes Volk konnte durch die Hilfe eines Mitspielers seinen Handelsposten ausbauen. Zu wenig Werkzeug. Wohin geht es? Auf Kurs gehen. Warte auf Anweisung. Du gehst wieder dahin. In die Wand, Männer. Handelsschiff, Ahoi. Du musst... Werkzeug über transportieren. Ah, Kanonen. Brauche ich keine mehr. Kaufen, 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 das. Huch. Wir werden wieder sturben. So. Das brauche ich tatsächlich noch nicht. Können wir dann schon langsam anfangen? Oder auch nicht? Nein, geht noch nicht. Oh ja, das ist doch. Ich bin froh, den Weg zu euch gemacht zu haben. Ja, ja. Ähm. Was wollte ich jetzt? Gibt das da, glaube ich. Ja, aber dafür brauche ich auch wieder Werkzeug. Okay. Wir sind bereit. So, das werden wir... Hm? Fernbedienung... Äh, Fernbedienung. Eher mittig platzieren. So. Ja. Aber da können wir ja nichts machen sonst. Der Kapitän bricht auf zu neuen Ufern. Ja, ja. Der Ausflug zu euch hat sich gelohnt. Ups. Ist mir eins zu viel? Ähm, das wollte ich. Ah, Schatz. Mhm. Das war's. Holz. Wohin geht es? Ei, ei. Wir sind bereit. Hm. Ja, sowas Blödes. Ich brauche auch eine. Ähm. Haben wir mal zwölf Holz rüber. Wir sind bereit. Wird erledigt. Ich bin bereit. Ich binãy wir hin. Wie ist es? Und wenn ihr ein Meter reitert, das man hier soitert. Das war's dafür hat sich nicht gehört. Ich bin bereit. Aber da war es morte.